Hey, Mucke, alte Puppe-Kopp, ich bin es. Ich wollte nur mal eben schnell fragen, wann machst du da eine alte Kaschema auf? Ja, 18 Uhr, wie immer. Was, ey, so spät? Ja, super, da habe ich ja noch Zeit, da kann ich mir noch ein paar trinken, du. Ja, dann danke, bis später. Ja, ey, Mucke, ich bin das nochmal hier. Kannst du nochmal sagen, wann du aufmachst, hab das vergessen, ey. Habe ich doch gerade schon gesagt. 18 Uhr. Ja, super, habe ich ja noch Zeit, ey, super, danke, ne, bis später. Oh, dann trinke ich mir noch einen. Ey, Mucke, ich nochmal. Kannst du nochmal sagen, wann du da aufmachst, ich hab das wieder vergessen, ey. Jetzt reicht's mir aber. Seit 10 Jahren mache ich schon um 18 Uhr den Laden auf. Wieso wollen sie das eigentlich wissen? Ja, weil ich keinen Bock mehr habe, ich wollte nur raus und dann Bier ist eh alle.